Herzlichen Glückwunsch zum Grand Effi. Einfach ein Wahnsinns-Ding, das ihr heute so abgeräumt habt. Warum ist diese Kampagne so wertvoll und so bedeutungsvoll? Vielen Dank. Wir sind ein bisschen sprachlos, muss ich sagen. Es ist immer schwierig irgendwie über eine eigene Kampagne zu sprechen, warum sie bedeutend ist. Ich würde jetzt einfach mal stellvertretend für mehrere Menschen sprechen wollen, also in Summe sicherlich 50 oder 100 Menschen, die hier einfach gemeinsam das gemacht haben oder für 47.492 Menschen, mit denen wir gemeinsam diesen Case geschaffen haben. Wir haben einfach gezeigt, dass Kommunikation mehr kann als einfach nur verkaufen. Wenn Kommunikation richtig eingesetzt wird, wenn wir alle zusammenhalten, wenn es nicht darum geht, einfach nur irgendwie was zu machen, was zu verkaufen, dann kann Kommunikation wirklich Brücken bauen, Sachen verändern. Und deswegen ist es da. Deswegen ist es schön. Deswegen freuen wir uns.